Die Ölversorgung soll bis 2010 erweitert werden, um damit auch die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Ein Zufall, dass die Gaskrise in ein Jubiläumsjahr fällt, denn genau vor 40 Jahren ist in Machfeld das erste große Gasfeld gefunden worden. Nachdem schon in den 30er Jahren von der damals russischen SMV im Machfeld Öl gefunden worden ist, hat der Nachfolger OMV im Jahr 1969 hier erstmals ein reines Gasfeld zu fördern begonnen. Gas war bis dahin nur ein Nebenprodukt der Ölförderung gewesen. Das Feld in Schönkirchen wird heute noch genützt, und zwar als Lager für die Gasvorräte, die in jüngster Zeit eine so wichtige Rolle gespielt haben. In diesen 40 Jahren sind dem Machfelder Boden gut 50 Milliarden Kubikmeter Gas entzogen worden. Die Technologie hat enorme Fortschritte gemacht und das macht es auch möglich, dass wir nach 50 Jahren nach wie vor Funde tätigen in der Region. Von solchen Methoden konnte man damals nur träumen. Diese Spezialfahrzeuge mit Seismografen ausgerüstet rütteln den Boden. Dabei wird eine Art Computertomographie des Bodens bis in tausende Meter Tiefe angewandt, womit neue Vorkommen gefunden werden können. Das ist das Wiener Becken, das ist eine geologische Formation und die ist sehr häufig in Kohlenwasserstoffen. Aber Säden sind es nicht. Man muss von dem Bild wegkommen, dass das irgendwelche Hohlräume sind. Das ist bauröses Gestein und in dem baurösen Gestein sind die Kohlenwasserstoffe gelagert. Hier in Straßhof wird eben der Bohrturm abgebaut. Wo sich vor wenigen Wochen noch ein 20 Zentimeter dicker Bohrer vier Kilometer tief in den Boden gefressen hat, steht jetzt eine sogenannte Sonde, an die die Gasleitungen angeschlossen werden. So unspektakulär sieht eine solche Sonde aus, wenn sie das Gas liefert, das mit 300 bis 500 Bar Druck aus dem Boden steigt. 120 solcher Sonden gibt es im Machfeld, das einen Meter unter der Erde von einem Netz von Gasleitungen durchzogen ist. Ein Ende der Vorräte ist nicht genau abschätzbar. Die nächsten Jahrzehnte ist auf jeden Fall Produktion noch vorhanden. Wir haben auch die Tätigkeiten, die wir machen. Wir versuchen auch eine Steigerung zu erreichen mit den Investitionen der letzten Jahre und auch in der Zukunft. Ca. 500 Millionen Euro investieren wir in die Versorgung. Und dadurch ist es in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall gesichert. Die Anhebung der Fördermenge ist mit neuen technischen Mitteln möglich. Die OMV hat sich für 2010 eine Steigerung um 20 Prozent zum Ziel gesetzt. Der Vorrat an Rohstoffen sollte vorhanden sein. Für weitere 40 Jahre. Millionen Euro fürs Energiesparen will in Dess das Land Niederösterreich zur Verfügung stellen.